Lieber Herr Kahlmund, ich frage mich natürlich als leidenschaftlicher Fußballfan, warum Sie dem Leverkusener Verein den Rücken gekehrt haben. Bitte, bitte kommen Sie wieder zurück und setzen Sie bitte ein Freundschaftsspiel gegen den SSC Neapel, meinen persönlichen Lieblingsverein, an. Dann kann ich den SSC Neapel auch hier mal in Deutschland, vielleicht in Leverkusen sehen. Vielen Dank. Ja, SSC Neapel, der Club von Maradona, der ja auch viele Erfolge in Italien und in ganz Europa hatte. Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn es in absehbarer Zeit wieder ein internationales Pflichtspiel, also UEFA Cup oder Euro Cup Spiel geben würde zwischen Bayer Leverkusen und Neapel. In dem kommenden Jahr wird es nicht mehr funktionieren. Das wissen wir beide ja. In Leverkusen werde ich auch nicht mehr auf die Kommandobühne klettern. Ich habe das 2-4 gesagt, Schluss ist Schluss, Feierabend. Und bin da eigentlich zwar wie Konrad Adenauer, der immer gesagt hat, was stört mich mein Geschwätz von gestern. Aber ich will nicht mehr, dessen bräuchte ich den Satz auch nicht so strapazieren. Fußball ist nach wie vor die schönste Sache der Welt. Ich liebe den Fußball, aber lieber jetzt als Fan und Zuschauer, da bräuchte ich mich nicht so aufzuregen. Fußball ist nach wie vor die Kommandobühne klettern.